Kannst du dich noch an deine Kindheitstage erinnern, wenn dir irgendjemand ein Märchen vorgelesen hat? Wir haben die fast immer begonnen. Es war einmal. Und kannst du dich auch noch daran erinnern, wenn dir mal vielleicht jemand so etwas von seinen Träumen erzählt hat oder von seinen Visionen, dann hat er vielleicht ganz oft gesagt, stell dir doch einfach mal vor. Und jetzt stell dir doch tatsächlich einfach mal vor, es gäbe rund um das Thema Gesundheit und ätherische Öle ein Event, wie du es vielleicht in dieser Art noch nie erlebt hast. Ein Event, wo hunderte von Menschen zusammenkommen mit einer einzigen klaren Absicht. Dinge zu lernen über das Thema ätherische Öle, die sie vielleicht so auf eine Art und Weise noch nie gelernt haben. Eine Veranstaltung, wo reale Menschen zusammenkommen, wo Wissen vermittelt wird, wo nicht nur der Verstand sagt, okay, Haken dran, sondern wo das Ganze in der Etage tiefer rutscht und wo jede Zelle deines Körpers anfängt zu vibrieren und Lust hat, das Erlernte, das Verstandene, das Erlebte in die Lebenspraxis umzusetzen. Und das Ganze in einer Gemeinschaft von Menschen, die du real anfassen kannst und die richtig Bock haben, sich in das Leben anderer Menschen zu investieren. Genau das, Freunde, wird stattfinden und zwar am 21.09.2019 hier bei uns in Köln. Das erste Lifestyle-Event Euler was Let's Talk About Oils. Und Freunde, das wird keine plumpe Veranstaltung für irgendwelchen Verkauf von Ölen, sondern wir bereiten uns vor, wir investieren uns in Menschen und wir haben richtig Lust, einen Unterschied auszumachen. Und wenn dir das Thema gefällt, mach dir einen fetten Vermerk in deinen Kalender. Es ist egal, wo du herkommst, du musst auch nicht in unserem Team sein. Du kannst wo auch immer stehen im Bereich Gesundheit oder dich interessieren für das Thema ätherische Öle. Mach dir einen Kreuz an diesem Tag in deinen Kalender und wenn du Bock hast, etwas Besonderes zu erleben, dann kommst du. Alles weitere demnächst hier bei Facebook.